Und dann Moinzen zum Vorbericht vorm Spiel nach der Winterpause, dem Ersten wieder gegen den FSV Mainz 05. Sommerpausenfeeling, es geht endlich wieder weiter mit der Bundesliga nach einer Winterpause, die sich angefühlt hat wie eine Sommerpause, trotz auch der Weltmeisterschaft, die dazwischen war. Es war ja eine gefüllte Pause an und für sich, aber es war halt faktisch tatsächlich auch wirklich fast eine Sommerpause. Ich habe mal gerechnet, 34. Spieltag, also 14.05. bis zur ersten Pokalrunde, dann am 29.07. sind 76 Tage. Jetzt, letzter Spieltag vor dieser Winterpause, war am 12.11. Jetzt haben wir den 21.02. wenn wir gegen Mainz spielen, das sind 70 Tage. Das sind nur sechs Spiele Unterschied, diese Pause hat sich ewig angefühlt, weil sie es eben auch war. Heißer Restart. Wir mussten länger warten als andere europäischen Ligen, dass es wieder weitergeht. Dafür geht es aber eben mit Vollgas wieder weiter. Geht mit Vollgas los, zwei englische Wochen in Folge. Jetzt sind es auch direkt schon mal drei Spiele in sieben Tagen. Mainz am Samstag, Hoffenheim am Dienstag und Freitag dann auswärts Leipzig. Danach geht es im Pokal auch wieder am Dienstag nach Paderborn und am Sonntag dann Bremen. Da muss dann halt auch wirklich gerade in der Liga natürlich auch direkt geliefert werden, sonst wird die Unruhe hier auch größer. Chaos im Verein. Denn diese Unruhe herrscht ja nicht nur aus sportlichen Gründen. Der VfB schafft es eben auch aktuell immer wieder, sich komplett selbst abzuschaffen. Hier reden wir von ganz oben im Verein. Ich bin da ehrlicherweise nicht so tief drin. Ich hatte schon immer mehr den Fokus auf dem Sport. Es gab Berichte zu möglichen Satzungsverstößen im Vereinsbeirat. Das hat der VfB entschieden, dementiert. Und so ist auch das Bild aktuell. Der VfB ist eigentlich gefühlt nur irgendwie am Dementieren, am Ausbessern von Situationen. So auch gestern am Mittwoch im Nachgang zu den Dienstagsrücktritten. Schosser und Bitzer sind da zurückgetreten aus dem Vereinsbeirat. Hier wurde wie gesagt den beiden Endstatements von den beiden, quasi den Vorwürfen von den beiden widersprochen. Da ein interessantes Zitat, um was es eigentlich ganz gut zusammenfasst, um was es geht, von der Frau Schosser. Aber unerträgliche, unprofessionelle, allein auf Machtsicherung bedachte und diffamierende Vorgehen wesentlicher Mitglieder der Gremien führen mich zu diesem Rücktritt. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, worum es da geht. Interessant auch, ein Ricky Palm vom STR-Podcast hat eine Drohpost bekommen, sag ich mal. Im Sinne von, rechtliche Schritte können eingeleitet werden. Hat sich aber auch schon gestern Abend wieder geschrieben. Hat sich aber durch ein Gespräch geklärt. Aber krass, wie es selbst so weit geht, weil der kommt ja auch immer wieder mit Insidern raus. Er hatte gute Kontakte zum VfB, wahrscheinlich ging es darum, weiß ich aber auch nicht. Nun prüft auch, kam quasi mittendrin noch das Skript umgearbeitet, kam noch mittendrin rein. Nun prüft sogar die Staatsanwaltschaft eben diesen Vorwurf der Untreue. Jetzt auch ums Präsidium, also um die Top 3 da oben, um Riedmüller, um Adrian und um Vogt, soweit ich das verstanden habe. Und da ist auf jeden Fall dann auch einiges im Argen. Da ist einiges im Argen. Ich bin gespannt, ob es da Fanreaktionen geben wird aus dem Stadion raus, aus der Kurve raus. Wir kennen irgendwelche, keine Ahnung, diese Spalterbilder von Dietrich oder sowas. Mal gucken, ob es so weit kommt. Kommt ja auf Social Media sehr viel Hass entgegen. Entgegen Werle vor allem, entgegen Vogt mittlerweile auch. Ist natürlich nicht geil. Ich halte meinen Fokus auf dem Sportlichen. Denn so einfach ist es ja auch im Fußhals. So ist es auch einfach. So müssen wir auch denken, wenn es da scheiße läuft, dann ist halt die Kritik schnell da. Und auch schnell ganz groß. Das kann man viel wieder mit sportlichen Erfolgen abdämpfen. Dann ist es wieder ein bisschen ruhiger, was auch das angeht. Einfach automatisch. So ticken wir Fans. So tickt auch gerade Social Media. Und darauf hoffe ich mal sehr. Kohl Puskas Award. Hier schmeiße ich mal eine kleine coole Meldung mitten rein. Hier ein bisschen was Negativeres von vorhin mit Chaos im Club. Alu Kohl. Unser Sturmtalent, das wir aus Australien geholt hatten. Bisher war eigentlich nur beim VfB 2 gespielt. Mal gucken, ob der noch eine große Zukunft bei uns hat. Oder zumindest in der ersten Mannschaft hat. Der ist für den Puskas Award nominiert. Ist einer von den elf Nominierten für so gesehen, sagen wir mal einfach das schönste oder das besonderste Tor 2022. Von der FIFA wurden die ausgewählt und wird auch der Award vergeben. Sein Scorpion Kick war das im Juni. Für die australische U23-Nationalmannschaft müsste das gewesen sein. Aber natürlich auch eine heftige Konkurrenz. Zum Beispiel das Mbappé-Tor zum 2-2 im WM-Finale. Richarlison, wo ich fast glaube, der macht das Rennen. Vielleicht sogar eben auch mit seinem Side-Fight-Tier. Was glaube ich auch bei der WM und Payet auch dabei ist. Müsste dieser kranke Longshot gewesen sein in der Europa League. Also namenswerte Konkurrenz. Interessant ist aber, dass es, ich weiß nicht, ob es komplett nur ein Publikumsvoting ist. Aber auf jeden Fall zum großen Teil Publikumsvoting ist. Bis zum 3. Februar kann man da auf der Webseite der FIFA abstimmen. Muss sich da kurz anmelden. kurz an unseren Account erstellen und dann können wir für Koal stimmen. Mentalitätsproblem. Dass wir da eins hatten oder vielleicht noch haben, dürfte einerseits in gewisser Weise durch diese ganzen Auf- und Abs in den Spielen irgendwo zu erkennen sein. Wobei man da auch sagen muss, klar, der Begriff Mentalität ist immer ganz groß. Es wird auch einfach Leistungsschwankungen oder so. Man muss ja nicht die große Keule ausholen. Jetzt kamen wir aber eben auch durch Interviews raus. Wurde auch von Spielern zugegeben. Ich glaube, Stenze zum Beispiel hat ein Interview gegeben gehabt. Dass man eben unter Rino zum Beispiel nicht seinen inneren Schweinehund überwunden hat. Das ist absolut kein gutes Zeichen. Es ist auch klar, dass dafür auch jetzt ein Labbadia da ist. Und auch den wahrscheinlich, ja auch wahrscheinlich deswegen ordentlich das Training aufgepumpt hat. Natürlich nicht nur deswegen, auch wegen Laufleistung und so weiter. Aber ich glaube, Labbadia hilft da hoffentlich, dass die das eben tun. Weil das musst du tun im Abstiegskampf. Und ein wenig Sinnbild dafür sind eben auch diese Gelawogie-Gerüchte so. Das sieht ja gerade nicht wirklich danach aus, als würde man ihn bekommen. Keine Freigabe von Wolfsburg und eben auch teures Gehalt. Aber Liebling von Labbadia, ein Stabilisator, Mittelfeld, ein Erfahrener, eine Säule. Der kennt den Abstiegskampf. Ich bin tendenziell nicht abgeneigt, dass ein Trainer, ein neuer Trainer, einen Liebling bekommt. So sein Team sich natürlich aufbaut. Das ist ja klar. Wer hat eine gewisse Idee, wie er spielen will. Da bin ich erstmal nichts dagegen. Problem für mich ist vor allem nicht Gelawogie, sondern eben, dass wir auf der Position schon einiges haben. Du hast einen Endo, den dann eben ein bisschen was nach vorne schieben will, durch Gelawogie dahinter. Aber du hast Karasor, Nathai, Mio, Ahamada. Irgendwie verbaust du den Weg, wenn du Gelawogie holst. Deswegen, das ist so die Schwierigkeit da. Bin dann gerade ein bisschen abgeschwiffen zu Gelawogie. Aber zu ihm hat sich eben auch noch ein Wohlgemut geäußert, unser neuer Sportdirektor. Und da auch durchaus, ich glaube bei Sky war es auch sehr interessant und ziemlich durchaus auch knallhart was geäußert. Nämlich, Zitat, Das können natürlich ein Gelawogie mitbringen und zeigt auch ganz klar, dass das Team mal so was von definitiv in der Pflicht ist, da was zu ändern. Das ist schon eine ziemlich harte Analyse. Testspiele. Wir haben zwei Stück gemacht im Trainingslager in Marbella. Ein Sieg, eine Hinterlage und eigentlich möchte ich auch nicht großartig mehr dazu sagen. Es sind halt Testspiele so. So neutral möchte ich das eigentlich sehen wollen. Eben auch nach diesen brutalen, sicherlich brutalen, eben auch im Vergleich zu Materazzo, vielleicht auch diesen Bruno Trainingswochen, sag ich mal, was wir da so gelesen haben. Was die Härte angeht, die Länge angeht, Trainingslager verlängert, Uhrzeiten hier, dies, das. 3-0 gegen Sior gewonnen, 0-2 gegen Sparta, Brak verloren. Das waren beides keine fußballerischen Zauberwerke. Auch das Ding gegen Luzern war es, glaube ich, wo wir 3-0 verloren haben. War alles nicht besonders. Das sah alles ein bisschen schleppend aus, war alles nicht so schön. Wichtig ist aber eh die Liga so. Ich erinnere daran, dass wir unter Materazzo, glaube ich, wirklich jedes Testspiel gewonnen haben oder zumindest auch nie eins verloren haben. Das hat sich ja auch zu 0,0% auf Liga übertragen. Wir haben ja trotzdem Liga reingeschissen. So ist es ja. Wie vorhin angesprochen auch, der sportliche Erfolg ist die Nummer 1. Und das kann auch ganz schnell die Kritik eben gerade auf Social Media verstummen lassen. Bestes Beispiel ist hier die Testspiele, die ich alle ähnlich langweilig fand. Sie ist eben ein Unterschied zwischen, wie kommt eine Niederlage an und wie kommt ein Sieg an. Und ich würde auch einfach mal glauben, dass einige von denen die Kommentare geschrieben haben, das Spiel doch gar nicht unbedingt live gesehen haben über 90 Minuten. Aber so simpel ist es einfach. Diese meinen VfB-Posts zum Beispiel, die Ergebnisposts zu den drei Testspielen. Da haben wir bei den beiden Pleiten insgesamt zusammen ca. 30 Kommentare unter den Beiträgen stehen, dass eben einmal gegen Sion, gegen Prag verloren wurde, sorry, gegen Luzern verloren wurde. Insgesamt ca. 30 Kommentare zusammen drunter. Natürlich Kritik und oh Gott, was geht jetzt ab? Der Sieg gegen Sion, 3-0-Sieg, da steht kein einziger Kommentar darunter. Weil bei Sieg gibt es nichts zu meckern, brauche ich auch, da muss ich auch nichts loben so. Das ist sowieso gerade so für mich gefühlt die Marschritte beim VfB. Nur Kritik, Lob, lassen wir erstmal bleiben. Wenn man das jetzt gleichermaßen haben wollte, wenn man gleichermaßen auf die Testspiele blicken wollte, hättest du jetzt auch 15 Kommentare Niederlage Luzern, 15 Kommentare Niederlage gegen Prag, aber eben auch 15 positive Kommentare für den Sieg gegen Sion. Gab es aber nicht. So ist eben einfach gerade leider so ein bisschen, gerade auf Social Media, wie gesagt, ist was anderes als im echten Leben, im Stadion, wie auch immer dann. Aber so ist leider gerade die Lage bei uns im Verein. Nein, Mainz 05, unser Gegner und da kommt einer, von dem man natürlich logischerweise mehr weiß, was man bekommt, als wir eigentlich fast von uns selber wissen. Weil im Vergleich zu uns, wir haben ja keine Ahnung, fruchtet die Arbeit von Labbadia jetzt schon, braucht das noch ein bisschen, wie sieht es aus, wird das wie in den Testspielen, wird das vermutlich oder hoffentlicherweise anders als in den Testspielen, weiß ja noch kein Mensch. Mainz auf Platz 10 aktuell, 5 Punkte vor uns, ist im Mittelfeld. Ich wollte fast sagen, im gesicherten Mittelfeld, aber gesichert ist da ja quasi keiner. Das ist alles so dermaßen eng beieinander, jeder Spieltag, jedem Spieltag bewegt sich noch irgendwas gerade. Labbadia sagt auch für Picard zu Mainz, dass sie ein klares Gesicht haben, einen klaren Weg haben, Zweikampf betont, viel Intensität, jeder zieht mit, das machen sie gut. Personell kann man sagen, dass Burkhardt ausfällt und dass jetzt auch aktuell wohl möglicherweise oder sehr wahrscheinlich der Stammkeeper Zentner ausfällt, der kommt dann für einen Damen an den Start vermutlich. Und mehr zu Mainz, weil ich auch die Expertise habe und eben auch die mir schon eingeholt habe, die Expertise, gerne den Talk vom Dienstag reinziehen, weil ihr es nicht getan habt, mit dem Stadionflocker, dem Mainzer Stadionflocker Chris abchecken. Da natürlich noch mehr zu Mainz. Startelf und hierfür ist es schön, dass die PK schon am heutigen Donnerstagmittag war. Klar ist, Zagadou ist raus, Doppeldopp-Bendler ist im Sprunggelenk, unglücklich gelaufen im Training. Mit ihm war auch Bruno sehr zufrieden. Wir hatten als Säule gesehen, hinten drin natürlich alles sehr unglücklich gelaufen. Das ja auch wohl noch ein paar Wochen raus, kamen vier, fünf Wochen oder sowas. Gibt keine genaue Prognose, aber so circa fällt man halt aus mit dem Benderiss. Bis dahin ist es ja auch schon abgelaufen seit der Verletzung. So ist er auch noch überhaupt nicht im Mannschaftstraining drin gewesen. Da dauert es auch noch. Ulrich fällt aus, wahrscheinlich aber eh nie eine große Option für Startelf, geschweige denn für eine Bank. Führig ist eine Option eventuell für die Bank, also klingt auch da nicht nach Startelf. Casanaras hat Lob bekommen noch im Trainingslager, aber auch da Bank von mir aus, aber ich glaube Startelf nein. Rüffel, so ein bisschen Rüffel haben Koulibaly und Eckloff bekommen. Viele berichten, dass Stenzel, also viele Zeitungen berichten, dass Stenzel die Nase vorn hat vor Wagnermann hinten rechts. Frage ist noch offen, wenn Mafropanus, der auch noch ein bisschen Rückstände hatte im Training, hat aber eigentlich das ganze Testspiel gemacht gegen Prag. Also ich hoffe mal, dass er von Beginn an ran kann. Nata hat ein bisschen Außenseiter Chancen, weil er ja einfach variabel einsetzbar ist. Den kannst du links hinten bringen, Mittelfeld bringen und dazu eben noch 3er Mittelfeld. Dann eben die Frage, wer bleibt dann noch, wer kommt noch dazu? Ahamada und Mio haben wir noch am Start. Der eine ist ja ein bisschen kompletter mit Ahamada, einer ist ein bisschen offensiver mit Mio. Das ist so die Frage, aber sonst steht er mehr oder minder damit eigentlich fest, wie Labbadia sein. Das wurde auch berichtet, wohl recht wahrscheinlich 4-3-3, was ich auch eine schöne Formation finde eigentlich. Also kann ich absolut mit leben, die er wohl auf dem Blatt stecken wird. Für mich dann Müller, hinten links Ito, dann Anton, Dinos und rechts Stenzel. Mittelfeld Karasor, Endo Ahamada davor, Silas rechts, Thomas Schlings und vorne drin Gerasi. Prognose. Gerade an solchen Spieltagen nach langer Pause ist eine Prognose schwer. Ehrlicherweise ist der Prognose-Teil ja auch öfter eher ein Hoffnungsteil oder ein, ich labere mir das Spielschöne-Teil, sage ich einfach mal. Statistik gegen Mainz ist ziemlich ausgeglichen. Meist enges Spiel letzte Saison war es ein Heimsieg, auswärts 0-0. 2021 habe ich glaube ich sogar beide Spiele gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die jüngere Vergangenheit gegen Mainz ist echt nicht verkehrt. Die ein bisschen länger her ist, hat man halt auch so Geschichten wie, ja, zu Hause verloren und damit quasi abgestiegen, quasi endgültig abgestiegen damals 2016. Aber Mainz ist so ein Hoch und Runter, was die Statistik angeht. Schalke hat Mainz zu Hause geschlagen, muss man hier einfach mit reinnehmen. Das bringt auch uns in die Pflicht, da unten aus dem Abstiegskampf jemanden zu Hause zu schlagen, wie eben Mainz, wenn es auch Schalke geschafft hat. Klar, vergleiche ich es da schwierig, aber hier ist was möglich, hier muss was möglich sein. Wir haben letztes Jahr keinen Auswärtssieg geholt. Wir müssen über die Heimsiege kommen, sagt auch Labbadia auf der PK nochmal, wir müssen eine Festung sein. Wir finden es auch natürlich stark und schön, dass es ausverkauft ist, die Hütte am Samstag. Es wird eng, es wird umkämpft. Wie gesagt, ausverkaufte Hütte, geile Atmosphäre hoffentlich. Die Wetteprognose steht bei 0 Grad. Das klingt nach einem Kampf. Das schreit eigentlich nach einem engen Spiel, nach einem 1-0, 0-1, 0-0, wie auch immer. Aber wir kassieren meistens immer eine Hütte eigentlich. Ja, Chris meinte glaube ich auch, dass Mainz da auch nicht ganz unanfällig ist. Von dem her, wenn man sich die Startelf auch von uns anguckt, da steht eigentlich kein Absteiger auf dem Platz. Da steht kein Absteiger auf dem Platz. Das ist eine gute Mannschaft. Und eben auch, wie gesagt, gerade angesprochen, immer wieder jeder kassiert irgendwie ein Gegentor. Und ich muss natürlich auch meiner Prognose treu bleiben, die ich am Dienstag angebracht habe im Video. Bleibt beim 2-1 Heimsieg. Damit würden wir Sosa auch ein Geburtstagsgeschenk machen, der am Samstag Geburtstag hat. Auch wenn er sehr wahrscheinlich ja nicht spielen wird, nicht mehr im Kader sein wird. Ihr könnt euch immer abstimmen im Community-Tab. Stadionerlebnis. Wie gesagt, Spiel ausverkauft. 46.000 Time-Tickets sind weg. 1.500 Aussatzfans dabei. Schöne Nummer. Gibt es eine Umwelt-App, haben sie hier rausgehauen, der VfB. Man bekommt irgendwie Prozente im VfB-Shop, wenn man quasi umweltbewusst an- und abreist. Also kann man irgendwie eintragen in die App. Irgendwie dann halt Rad, Bahn, wie auch immer umweltbewusst. Interessant. Mal gucken, was die App so ist. Ich lade sie mir, glaube ich, mal runter. Also da gibt es Änderungen bei den eh schon teuren Essen und Getränken. Ist halt Stadion so. Aber erst halbe Stunde nach Stadionöffnung gibt es billigere Preise. So aktionsmäßig was. Auch ganz witzig. Und dann die Preise sollen zumindest bis Sommer zu 24 so bleiben. Werden aber jetzt eben erhöht. Danach soll es keine mehr geben. Erstmal bis Sommer zu 24. Jetzt werden sie erhöht. Zum Beispiel geht die rote Wurst von 3,80 auf 4,20 Euro hoch. Das Bier geht von 4,50 Euro auf 5 Euro hoch. Wasser steigt nur um 5 Cent. Ist ja ganz gütig. Auf trotzdem wilde 3,60 Euro. Muss man auch sagen. Also Wasser geht eigentlich auch gratis. Natürlich alles sackteuer. Aber das ist halt Stadion. Tickets. Wie gesagt, das Spiel ist bereits ausverkauft. Was sehr geil ist auf Platz 16. Aber so muss man sagen. Es ist ja bei uns immer so. Wir Fans sind immer am Start. Diese Kuriose und so weiter mit die einzige Konstante sind wir Fans. Wir sind einfach bockstark. Was das angeht. Muss man aber ein bisschen Eigenlob auch mal rausholen an der Stelle. Da ja viele Spiele anstehen, dachte ich, ist der Blick auf die weiteren Ticketverkäufe auch mal interessant. Heimstück gegen Bremen ist auch praktisch ausverkauft. Köln ist jetzt auch im Verkauf, das Heimspiel. Und das ist auch echt nicht billig. Also da merkt man wieder, da merke ich auch mal wieder den Dauerkartenrabatt. Ich habe eine Dauerkarte, kann schon eine Kurve im Sitzbereich in der Kategorie. Und wenn man da runterrechnet, eben den Gesamtbetrag durch 17 rechnet. Vollzahler durch 17, dann bin ich bei 20 Euro pro Spiel grob im Schnitt. Irgendwie 19,70 Euro oder 50 oder irgendwie sowas. Und das eben statt 35 Euro, die du da zahlst als Einzelkarte-Vollzahler. Eben in genau dem gleichen Bereich, wo ich auch meine Dauerkarte habe. In Hoffenheim bin ich auch am Start. Da ist der Ausflug logischerweise auch schon längst ausverkauft. Auch da, Ticket echt nicht billig. Also klar, Stehbereich, ich glaube bei 18 Euro oder sowas. Aber Sitzbereich, wo ich bin, waren es glaube ich auch 37. Das ist alles echt nicht geil. Und Hoffenheim ist eben auch ein Verein, der uns mehr oder minder in die höchste Kategorie da einstuft, was die Preise angeht. Also es gibt einen Block neben dem Auswärtsblock. Der liegt bei 37 Euro. Der ist auch schon komplett ausverkauft. Der eine Block so gesehen rechts vom Auswärtsblock. Daneben jetzt auch weiter mit 37 Euro. Auch da sind schon ein paar Sachen weg bei den Blöcken daneben. Und eben links quasi davon vom Auswärtsblock gibt es auch noch einen Block, wo auch schon ein paar Karten wechseln, aber nicht so viele, weil das eben bei 52 Euro liegt. Ich glaube, Hoffenheim stellt uns echt wegen diesem Versuch, da ein Derby draus zu machen und das irgendwie cool zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich mit in der teuersten Kategorie in Hoffenheim. Das ist komplett krank. Letzte Saison waren es jetzt ca. 5000 in Hoffenheim bei etwa 18.000 insgesamt. Diesmal könnte es fast sogar ähnlich werden. Und das auch eben trotzdem. Letzte Saison war es ein Freitagabendspiel. Jetzt ist es mit Dienstagabend noch mal beschissen. Einfach wild. Leipzig ist quasi auch ausverkauft, der Aussätzblock. Paderborn ebenso auswärts alles weg. Freiburg alles weg. Das ging auch sehr schnell. Einfach nur starkes Support. Auch eben bei diesen teils wilden Preisen einfach nur Respekt. Dann hier wie immer im Outro noch der gesamte Spieltag auf einmal getippt. Ganz interessant natürlich für uns Bochum gegen Hertha. Das Parallel läuft am Samstag. Sehr interessant, was dabei rumkommt. Generell interessant wie alle in die Liga neu wieder rein starten. Nach der langen Winterpause. Damit kommen wir zurück in den bunzigen Alltag. Ich habe auch gemerkt, ich bin noch ein bisschen eingerostet gewesen somit. Wie schnell schreibe ich mein Skript? Wie baue ich noch mal den ganzen Scheiß hier auf? Oder quasi von der Schnelligkeit her. Also wie, ist ja klar. Aber von der Schnelligkeit her, von der Produktivität her, ein bisschen eingerostet. Das wird aber jetzt kommen in den nächsten Wochen. Mit hier gefühlt fünf Spielen in zwei Wochen. Ganz wilde Nummer. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne eure mal in den Kommentaren da. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.